So, ich möchte jetzt schon mal sorry sagen, dass die Folge ein bisschen später kommt. Ähm, wo wollten wir denn hin? Plündererlager durchsuchen. Die Absteige. Ach, gehen wir zuerst absteigen, ne? Und dann zum Plündererlager. Weiß ja nicht, ob ich für die Absteige Quest kriege oder ob ich dann einfach die ganzen Dudes mit den Haufen schießen muss. Dann haben wir den Drop-On. Ich kann aber nicht rein. Jetzt muss ich den Nomad, ja. Ich muss ihn weiter wegfangen. Ah ja. Ich muss ihn weiter wegfangen. Ich kann den Angriffen, die Angriffen, die Angriffen, die Angriffen, die Angriffen. Wird die Grenade. Incoming, die Angriffen, die Angriffen. Wo ist denn der Alarm? Jetzt ist noch irgendwo einer. Ah, das ist auch ein Anarchist. Da ist auch noch mal einer über mir. Warum springt der Drag jetzt wieder runter? Okay, da ist jetzt noch mal einer. Oh, scheiße. Da ist immer noch einer da. Ach, wo kommen die denn alle her? Sniper. Da gibt es auch noch eine Quest. Oh, vier. Wartenpad. Riesenreaktion. 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 Die Hitschracken sind in den Zonen. Die Hitschracken sind in den Zonen. Die Grenade sind in den Zonen. Was ist das? Was ist das? Oh, die haben zwei Alarme. 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 Oh, P.B. ist down. So geht es hier. Oh. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, da ist wieder so eine Konsole, die ich hacken muss. Oh, ja. 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 Oh. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ah, die hören da den Funk von den ganzen Leuten rein. Aber hier ist keine fassende Konsole. Oh, da war ich ja schon drin. Ach, da sind doch mehr Gegner. Kommt hier nicht, ja. Ach, scheiße. Ich bin viel gestockt. Hoffe nicht, dass ich jetzt das Ganze nochmal von vorne machen muss. Dann krieg ich einen Koller, ich sag's euch. Doch. Ah, holy shit. Dann mach ich das auf-screen. Bringen wir den Antriebskanzler unter der Operationsbasis. Passen wir auf, dass sie nicht verfolgt werden. Das ist die sobeste Priorität. Neue Code für die Tür. Passwort 123. Okay. Ah, ist noch eine Sicherheitskonsole. Na, das ist gut. Ich hab den anderen Override noch nicht gemacht. Ich bin hier gerade erst mit den Dudes fertig geworden. So, da unten ist ein Override, da hinten ist ein Override. Dann krieg ich mal nach da hinten. Oh, da ist auch noch ein Terminal. Oh. I can bypass the command sentence doors from here, Pathfinder. Please try to remain within range of the console until the process is complete. Get ready, kids. They know we're here. There's more of them. Watch the grenade. Scheiße, Alter, schon wieder. Ach, das gibt es doch nicht. Ach, diesmal hat es gespeichert. Ich kann die Kommandzentrensdorfen von hier, Pathfinder. Bitte bleiben mit dem Rang von der Konsole bis der Prozess complete. Crap! Ich denke, sie sind auf uns! RELOADING! 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 Is there anyone? No.. I'm simply a free candidate. auf immer nachkämpfer in deinen biotechnischen einsetzen versuchte frei zu flankieren dann greife er mit seiner flachkanone für die mittel und nächstes level ab oh ok also ich komme wohl nicht mehr zu dem gesicherten lager ja wo haben die denn die konsole hier auf der ebene so eine konsole sein das ist aber auch draußen das wäre irgendwie ruiert wäre aber die konsole ist es ja nicht ich glaube es ist nur eine alarmkonsole ich glaube es ist mir schädig hier drin Hey, wo ist denn diese blöde Konsole hier? Ich verstehe das nicht Jetzt soll sie unter mir sein Da müsste ich wieder drin Ah doch Ok, weird Nice Ich finde es probiert, dass es vorhin gescheitert ist und jetzt dann doch funktioniert hat Aber da brauche ich nicht weiter drüber nachdenken Dann habe ich die abstecke auch, wobei da gibt es noch weiter unten nochmal so ein Punkt, wo ich hingehen kann Machen wir dann auch gleich Jetzt kann ich hier speichern, das ist schon gut Ich speichere nur zur Sicherheit Oh Oh Was ist das? Um die da so halb eingegraben sind. I don't know, aber... Die Rouganer können rein theoretisch ja Wasser holen. Die Rouganer können rein theoretisch sein. 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 Hier muss man wahrscheinlich ziemlich tief bohren um ans Grundwasser zu kommen oder graben Oh, Element Zero Vielleicht meinten die das mit dem geheimen Lager hier Was ich aber vorher noch nicht entdeckt habe Das ist aber auch nicht so wild Dann kann ich jetzt auf jeden Fall wieder gehen Und dann gehen wir Wann hier dieser Abschlusspunkt eigentlich Ah, das abgestürzte Schiff Ach komm, dann mach ich das abgestürzte Schiff einfach Dann geht's einfach So So